Whisky-Wanderung hier in Kelkheim nach Hofheim zum Tour. Ganz viele Leute sind dabei. Und ja, dabei wird mal was getrunken. Ich hab ja auch schon was dabei. Schauen wir mal auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Whisky-Wanderung. Wir sind hier in Kelkheim unterwegs. Wir haben schon zwei Whisky-Stops hinter uns und laufen jetzt weiter zum Meisterturm. Ich meld mich wieder. Blue, lubricant zu tief monthen, Wein schüttern auf und schon nach Schuss oder Movement. Die Heidekre hoch werden mitiliwerten spätestens unter SG-2. rubbing diese Geräte Le Ty?? Diese Geräte Ginih hat wohl grapefriktang�t paul dann in der Truppe aus demumenischen Geräuschen nachdemokiert. Es ist einzigartig, jenische Geräte und Blirkeired schöpterm?" Die께� kami 것int пять Zeit. Und das war der Truppe mitgelieferung. So, ich habe mich mal hinten ans Ende der Runde geseitzt, man sieht ja da hinten ein Ja, es geht weiter, Ladeik, Ladeik ist heute das Thema oder Legic, sagt man ja auch, also eben hat mein Legic 14 von Whisky Cask auf der Zunge, aus dem Refill Sherry Fass, 53, also 52, 9%, cremig, leichter Schwefel, mega Teil, macht richtig Laune, das Wetter, man sieht es ja hier, richtig schön Schnee und wir laufen jetzt weiter, machen die nächste Pause und dann gibt es dann den fünften, Whisky, so langsam geht es los, die Prozente werden höher, es geht in die 50er Bereiche, vorher schöne Drinkstärken, aber super Event, knapp 30 Leute, jeder hat sein Glas dabei und ein Traum. Bis zum nächsten Mal. So, wir waren gerade da oben auf dem Meistersurm und jetzt sind wir hier angekommen und jetzt gibt es noch Städte und dann wollte ich es nicht so. So, ihr seht den Ausblick hinter mir, vielleicht, vielleicht auch nicht. Die Wanderung ist jetzt im Grunde zu Ende, der Abend geht zu Ende, wir haben lecker gegessen. Ich gebe jetzt nochmal einen Eilermold, das war es mit der Whisky Wanderung, bis demnächst, schaltet wieder ein, bis Lande.